Erst Wahl, dann Heikau und die Ternagd. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation, aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elisabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Ternagd überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn. Das Risiko ist ein bisschen zu verabschieden. Was machen Sie mit ihr? Assoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn Sie sich widersetzen, lassen Sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein! Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen. Okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut. Ich hab getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seiner Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die Wehren? Mein Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Du bist. Ernd, bist du da? Hey, Lloyd. Hey, Lloyd, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind... Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das... Erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme sobald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zuhören. Okay, wir warten hier. Okay, wir warten hier. Natürlich nicht, denn sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas-Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. Okay. 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 Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Die Oseram-Karawane im Süden lebt sich gut in unserem Gebiet ein. Sie bringen Vorräte aus dem Niemandsland mit. Hoffentlich bringt unser Kommando Ihnen nicht einen schnellen Tod. Euer Kommando hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Vielleicht sollte ich nach Porgo von seiner Truppe sehen, herausfinden, was sie vorhaben. Oh. Ich sehe dich. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey, kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Rekala wird meinen Stamm auslöschen, um Hecaro zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor? Treten wir gegen alle Rebellen an. Von den Zenith ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihnen Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun... Immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst... Müssen wir Regale aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein... Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich... muss dorthin. Ich weiß. Los. Stehe Hekarobai. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Sines-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Ich bin ein paar Sines-Schädel. Zuallererst sollte ich mal nach Soh sehen. Es klang wichtig. Ich dachte, du würdest gegen ein paar Tenag kämpfen. Ich wollte vorher bei dir vorbeischauen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache, wie alle anderen auch nur Schadensbegrenzungen. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich doch. Oh. Gut. Gut, dass du da bist. Finde ich auch. Glaubst du, so geht es gut? Niemandem geht es nach dem Verlust eines geliebten Menschen gut. Sie geht besser damit um, als ich es je konnte. Das hält uns andere bei Verstand. Ich weiß, du hast warten, aber du musst noch etwas länger hierbleiben. Tu, was du tun musst, aber geht es dir gut? Wir haben nicht nur Val verloren. Beta ist fort. Es war schrecklich zu erfahren, dass meine Schwester im Sonnenreich von der Wahl getötet wurde. Ich hole sie zurück. Das allein zählt. Verstanden. Ich muss jetzt weiter. Wir sollten uns beeilen, bevor Kotalo Regalas ganze Armee alleine besiegen will. Und tu mir einen Gefallen. Verschwinde nicht einfach wieder, okay? Ich gebe mir Mühe. Sehr fleißig. Die Studien sind eine gute Ablenkung. Vor allem nach Brutstätte Gemini. Val, Beta, Gaia. Alle fort. Und das ist erst der Anfang. Die Zenith möchten uns auch unsere Zukunft rauben. Das werden wir nicht zulassen. Wie geht es dir? Val's Verlust macht alle sehr nachdenklich. Ich kannte ihn nicht gut, aber ich sehe, wie viel er den anderen bedeutet hat. Zoe und Eren scheint es am schwersten getroffen zu haben. Aber ich weiß nicht recht, was ich ihnen sagen soll. Sie brauchen Zeit zum Verarbeiten. Und was ist mit dir? Wird die Zeit deine Wunden heilen? Ich weiß nicht. Ich versuche nicht dran zu denken. Alle scheinen bereit zu sein, den Feind anzugreifen. Kotalo mehr als die meisten. Wäre ich diese Regala, wollte ich ihm auf dem Schlachtfeld nicht begegnen. Regala hat noch viele Maschinen auf ihrer Seite. Und da kommst du ins Spiel, schätze ich. Wenn mein Plan aufgeht. Also sind all die Stämme hier neu für dich? Ja, ich habe sie studiert. Der bisher faszinierendste Stamm waren die Tenakt. Eine ganze Kultur auf Grundlage der Hologramme eines alten Museums. Sie haben vieles falsch ausgelegt. Ähnlich wie die Gwen. Trotzdem hat das, was aus ihnen geworden ist, was Edles. Sie sind ehrenhaft und furchtlos und tödlich. Tilda, die Zenith, die Beta erwähnt hat. Sie hat mich gerettet. Hat sie gesagt, warum? Sie kannte Elisabeth Sobek. Sie glaubt wohl, sie in gewisser Weise zu ehren, wenn sie mir hilft. Sie war bereit, mir mehr über Silence Pläne und die anderen Zeniths zu verraten. Aber du traust ihr immer noch nicht. Wo ich herkomme, gilt, je wertvoller das Wissen, das ich teile, desto höher der erzielte Preis. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Aloy. Was ist Leviathan nochmal? Ein Flutkontrollsystem im großen Delta. Errichtet von Aileen Sasaki. Einer unserer Ahnenen. Wenn wir die Daten beschaffen können, wir vielleicht das System zu Hause reparieren. Dann müssen meine Schwester, Eltern und andere Familien in der Regenzeit nicht mehr in ständiger Angst um ihre Häuser leben. Stimmt. Und um es zu finden, müssen wir zurück nach San Francisco. Ich muss jetzt gehen. Warte auf mein Signal, okay? Ich lass dich nicht hängen. Ich weiß. Ich hab das mit den Daten über Leviathan nicht vergessen. Ich geb dir Bescheid, wenn ich zurück im Landfall bin. Danke, Aloy. Danke. Danke. Okay. ein fokus bald ich dachte kein nora würde jemals aber wahl schon selbst als er überwältigt wurde ließ er sich nicht von mir wegstoßen ich ließ wahl bei gemina im stich ich hätte mehr versuchen müssen mehr tun ich würde alles geben um ihn zurückzuholen im Also, Silence' Plan war, Regale dazu zu bringen, ihren Stamm in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Zeniths zu opfern. Das ist so... herzlos. Hecaro, Kotalo, Dekka, zahllose andere. Ich lasse nicht zu, dass man ihr Leben wegwirft. Erscheint es unmöglich. Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das werde ich, Rust. Jetzt und immer. Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wie Elisabeth wohl war. Was sie tun würde. Es war falsch, Beta an diesem Standard zu messen. Ich sollte das vermutlich nicht mal mit mir selbst tun. Ich werde mich bessern. Ich werde mich dann auch. Sieh von mir nicht mehr zu können. Ich werde mich einmal auf. Ich werde mich wieder darüber mehr ziehen. So, kalt. Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen, als wir von Gemini zurückkamen. Schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rhein-Klang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht, aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Wenn grüne Gliedmassen wecken, Wurzeln faulen im Schnee Wächst doch der Samen So sicher wie der Stein aus Tod entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land. Und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber jetzt ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Ich verspreche, ich verspreche, ich 뿌�iere durch die Erkungija saubern. Und ja, und bis zum Beispiel für das Wort, dass dasléiene Kilo unterbekanä��. Ich werde